Wir treffen das Team bei den Startvorbereitungen am Unfallkrankenhaus Brugberg. Egal wie eilig ein Notfall klingt, zunächst muss das Startprozedere durchlaufen werden. Instruments? Normal. INA? Ist an. Transponder? An. IBSS? 2-2, Cabin Checklist? No, 2-Green. Windcheck? Wind ist leicht aus Nord-West, wenn überhaupt. PDP? Der kommt auf Ansage. Erst dein Niveau-Welt ist klar. Los geht's.